Willkommen zurück zu einer neuen Folge Layers of Fear. Was steht da? Knapp auserreichend. Je, du El... Mann! Beinein sich mit dem Partner. Bauen Sie Ihre Beziehung wieder auf. Entdecken Sie die Freude Ihrer Ehe wieder neu. Lassen Sie die Flammen wieder aufleben. Nö. Interessante Bilder gibt es hier auf jeden Fall. Okay. Oh, das haben wir eingesammelt. Schön. Was? Sich im Kreis drehen. Und jetzt? Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflich, jedoch strengens dazu anhalten, Ihre Stimme während der Nacht zu zügeln. Ihre ehrlichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich eine private Angela... Ach ja, komm. Wollt man hier rum, jeder streitet sich. Eine laut, der andere leise. Ah, nochmal. Äh, merkt euch das Datum. Wünscht sich das bla bla bla. Welches Datum? Das Bild kennen wir doch schon. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Äh, wer bist denn du? Nein, der Oma. Uah. Vier, acht, vier, acht, fünf. Ey. Ihr seht es nicht, aber Gänsehaut ist da. Was? Vier, acht, fünf. Was? Vier, acht, fünf. Die Vergangenheit hält zurück. Ja, ganz weg. Okay. Äh. Vergiss niemals. Ey, das Spiel. Das ist nichts für schwache Nerven. Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt, sollt schon wieder zum letzten Mal du hast in diesem Raum nichts. Ah, komm. Bist du für eine Mimöse? Da ist ne Mausefalle. Nein. Der sieht schon so seltsam aus. Oh, wey. Und anhalten. Wo sind wir? Nordpazifik. Schön. Ey, dieses Ding. Das sieht so seltsam aus. Ja. Achloch. Ey. Warum? Mein Lieber, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach runter. Ach. Sehr verkind. Zettel war weg. Licht. Hallo? Da hinten ist ne Kerze. Äh. Wow. Da. Oh Mann. Ey. 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 Schaut mal selbst. Geh aus, Licht. Geh aus. Geh aus. Geh aus. Was war das? Was? Die lösen sich auf. Warum auch immer. Was ist das? Ah. Okay. Äh. 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 Erstmal. Hier. Was. Zum Henker. Jetzt ist das Bild schon wieder hier. Jetzt ist das Bild schon wieder hier. Ganz ehrlich. Ich will nicht mehr. Ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Warum kommt keine Musik? Das ist scheiße. Raus hier. Jetzt kommt wieder Musik. Toll. Farben, tiefe Lügen. Ich will alle diese schönen Kurven einfach richtig machen. I am not that round. Ist eine schöne Zeichnung. Könnte mich nicht beschweren. Aber das da ist eklig. Ich ahne Schlimmes. Ein Sch... Bild. Jetzt haben wir das eingesammelt ohne zu lesen. Geil. Was? Warum? Kommt das nochmal? Ey. Nee. Was ist falsch mit euch Mäusen? Sind die behindert? Die haben zu viel Rattengift geschlüffelt. Warum. Jaaah. Eila. Das wird nicht besser. Das Spiel. Geh an. Warum? Da unten ist eine Kiste. Da komme ich nicht ran. Ey, was ist falsch mit dem Spiel? Oh mein Gott, ey. Hey, bezüglich deines letzten Briefs, ich bin mir sicher, dass das nicht so ist, worüber du dich zu sehr sorgen musst, dass Frau und Nein dazu seltsam so werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben. Ja, Hormone sagt man dazu, du Dulli. Da weint eine Frau. Danke, Geist, oder was auch immer. Okay. Ich will mich eigentlich gar nicht umdrehen und zurückgehen. Boah, ich komme raus aus dem Flur hier. Danke, Geist. Das ist ein schöner Vorratsraum, muss ich sagen. Also, Paprika, Oregano, Gips. Die haben nur Paprika und Oregano? Oh ne, da ist ein Glas Zucker, wow. Okay, zwei Gläser. Sonst nur Paprika? Ey, da kam doch nie Würze. Ich sag nix dazu. Ich sag nix dazu. Ich sag nix dazu. Welcher erste Schritt, bitte schön. Alter. Alter. Was ist dein Problem? NEIN! Nein! Oh! Gehatte Mäuse grob gezogen! Oh ja bitte! Alter! Sehr gut! Lass mich in Ruhe! Bitte! Ich wollte mir nur ein Sandwich machen! Oh! 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 Das war's mit der Folge! Ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn ja lasst dann doch oben da das Kommentar da! Und wir sehen uns im nächsten Video! Bis dann! Bleibt entspannt! Genießt den Tag! Und Bye Bye! Wir sehen uns beim nächsten Mal!